Heute bin ich mal wieder ein bisschen elementarer unterwegs und ich will einen Begriff erklären, der in der Audio-Technik häufig benutzt wird und viele gar nicht wissen, was es bedeutet. Und zwar geht es heute um die Oktave. Was ist eigentlich eine Oktave? Wo benutzen wir Oktave überhaupt? Und das ist eigentlich relativ einfach zu erklären und ich habe halt auch in meinen Videos schon ganz oft das Wort Oktave benutzt und zwar hauptsächlich bei Weichen. Das heißt, wenn wir über Weichen sprechen, über Frequenzweichen, High-Pass, Low-Pass, den ganzen Spaß, da benutzen wir ganz oft das Wort Oktave, weil ja die Steigung, die so eine Weiche hat, die wird immer in Oktaven angegeben. Das heißt, da steht halt 6 dB pro Oktave, 12 dB pro Oktave, 18, 24 und so weiter und so fort. Und ja, wir haben alle schon auf den Bildern gesehen, okay, dann wird das halt ein bisschen steiler und ein bisschen flacher. Aber so, klar kann man sich, die Grafiken lügen nicht, das ist alles richtig. Das heißt, bei 48 dB pro Oktave ist es sehr steil und bei 6 ist es sehr flach, brauchen wir nicht drüber reden. Aber was bedeutet das denn jetzt überhaupt, 6 dB pro Oktave? Was heißt das? Und das ist eigentlich ganz einfach, weil eine Oktave ist eigentlich nur das Verhältnis zwischen zwei Frequenzen und zwar eigentlich genau das Verhältnis von 2 oder 1,5. Heißt, wenn wir ein Kilohertz haben, Frequenz ein Kilohertz, dann ist quasi der Ton, der eine Oktave höher ist, 2 Kilohertz und der Ton, der eine Oktave tiefer ist, 500 Hertz. Das heißt, Oktave bedeutet halt eigentlich immer eine Halbierung oder Verdoppelung von den Verhältnissen her. Heißt, wenn wir jetzt in einer Frequenzweiche ein 12 dB pro Oktave Filter haben, heißt das nichts anderes, dass wenn ich den bei 1000 Hertz setze, ich bei 500 Hertz entsprechend 12 dB weniger habe. Wo sprechen wir noch von Oktaven? Das heißt, wo haben wir schon mal Oktaven gesehen oder gegebenenfalls so Oktavbänder? Und da ist es eigentlich relativ einfach. Eigentlich benutzt jeder grafische Equalizer, das heißt ein Equalizer, den wir jetzt nicht parametrisch vorschubsen können oder sonst irgendwas, sondern wo halt die Bänder feststehen, weil die müssen ja auch irgendwie aufgeteilt werden auf das Frequenzband. Und auch da ist es oft so, dass die Bänder tatsächlich in Oktaven unterschiedlich sind. Das heißt, wir haben ein Kilohertz, wir haben 500 Hertz, 250, 125 und so weiter und so fort. Das heißt, das ist eine ganz normale Aufteilung in Oktaven bei unseren parametrischen Equalizer. Aber auch eine andere Stelle gibt es, wo das mit den Oktaven drin ist, obwohl wir es gar nicht sehen, dass es drin ist. Und das ist tatsächlich unsere Frequenzanzeige, wenn wir uns halt so unser komplettes Frequenzband angucken. Da ist es nämlich so, dass die Abstände halt auch genau gleich sind. Das heißt, 1 Kilohertz, 2 Kilohertz und 500 Hertz ist nach links und rechts der gleiche Abstand. Und das gleiche bei 200 Hertz, 400 Hertz und 100 Hertz. Auch wieder der gleiche Abstand. Und das liegt einfach daran, weil die Skala, die wir da sehen, logarithmisch ist. Das heißt, auch da haben wir genau diese Doppelung. Das heißt, die Abstände von bis ist halt immer doppelt. Wir fangen hinten an, mal 2, mal 2, mal 2. Und die Frequenzen werden immer höher, es werden immer mehr Frequenzen so gesehen. Aber der Abstand ändert sich nicht wegen der logarithmischen Skala. Ich hoffe, du hast gelernt, was eine Oktave ist. Vielleicht wieder aufgefrischt, was eine Oktave ist. Wenn dir das gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da oder einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas.